So, hey Leute, das ist ein kleines Infovideo. Ihr werdet schon gemerkt haben, dass in den letzten Tagen kaum Videos kamen, bezüglicherweise an manchen Tagen total also komplett ausgesetzt haben. Das liegt daran, dass ich persönlich halt hier gerade ein paar Probleme um mich rum hab. Und ja, kann sein, dass es noch so ein paar Tage so geht, aber ich versuch dann halt auch wieder aktiv zu werden. Tut mir auch leid, dass es so ist, aber ich denke mal, ihr werdet damit mal klarkommen. Und ja, und wie gesagt, das wird schon wieder, da werden dann wieder Videos kommen. Und dann wollte ich euch das hier auch noch zeigen. Ich hab ja die The Crew Beta, also ich hab ja einen Key für The Crew Beta damals erhalten und konnte da dann auch mitmachen. und hab das ja auch alles aufgenommen, hochgeladen. Und jetzt haben die mir halt eine E-Mail geschickt hier. Mach dich bereit für eine neue Beta für Runde 2 am 25. August. Also vom 25. bis zum 29. Und da steht auch hier, du brauchst keinen neuen Key, du bla 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 bla. Ich kann mir einfach das Spiel starten und das heißt, ich kann das nochmal neu, also noch mehr aufnehmen. So, und ich werde da halt dann auch ein bisschen mehr die, ein bisschen mehr Amerika erkunden und ich will gucken, normalerweise, ich hoffe, die haben ja auch Inhalt, auch viel mehr Inhalt freigeschaltet, weil das war schon schade, dass es echt nur bis Level 10 ging. Naja, ähm, die anderen Projekte, also das heißt, die Projekte laufen dann jetzt erstmal so weiter. Ähm, wenn jetzt The Crew, wenn ich die ganzen Videos alle hochgeladen hab, wird, äh, irgendwas als Ersatz kommen, das seh ich dann. Wahrscheinlich irgendwas mit Minecraft oder so. Halt verschieden, wie ich das vorher immer gemacht hab, aber dann laufen die Projekte nachher wieder weiter, weil ich dann versuche, so viel wie möglich von The Crew aufzunehmen. Und, ja, grad mal überlegen, ob es sonst noch was zu sagen gibt. Nur halt, dass ich ziemlich Stress halt um mich rum hab und deswegen halt jetzt so grad keine Videos hochladen kann. also, ich hoffe, es stellt euch nicht stark und wir sehen uns dann. Ciao.